Herzlich willkommen an diesem Freitag. Nachmittag. Ich freue mich riesig, dass ihr euch eingeschaltet habt. Lasst mich mal kurz wissen, woher ihr da einschaltet, aus Deutschland, aus der Schweiz, vielleicht auch aus Österreich. Ich freue mich auf ein kurzes Hallo, dann fühle ich mich nicht so alleine. Denn heute geht es wirklich an die Substanz. Glauben Sie mir eines, alle mittlerweile, alle, die im Unternehmenskontext arbeiten und an PCs arbeiten, die kennen und arbeiten mit Online-Meetings in Microsoft Teams. Aber nur die Profis unter uns, nur die arbeiten mit Teams-Beiträgen. Und genau darum geht es heute. Ich habe heute acht ganze Tipps und Tricks für diese Beiträge, die eben das kollaborative Potenzial so richtig entfesseln in diesen Teams. Und ich glaube, darum ist dieses Thema so wichtig, auch wenn es vielleicht Schritt zwei ist, wenn man das zweite Mal mit Teams in Berührung kommt. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Wie gesagt, schauen wir kurz in den Chat, wen ich hier heute schon begrüssen darf. Hallo, Michael Gerstl. Schön, Deutschland, Oberfranken. Schon mal die Internationalität hier gezeigt. Das freut mich ganz besonders. Wir haben ja oft Leute aus der Schweiz, aus Deutschland, aus verschiedenen Umfeldern. Gut, hier aus Siebnen, Dieter Meniahart, danke vielmals fürs Einschalten. Wunderbar, schön, sind alle mit dabei. Wie auch immer heute im Chat, bitte, 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 schreibt eure Fragen, Gedanken, Inputs in den Chat. Es ist mir wichtig, dass ich ein bisschen Interaktion hier machen kann und nicht einen totalen Monolog führe. Hier aus kam der Schweiz, der schönen Schweiz. Wir haben heute, ja, lustigerweise kommt jetzt die Sonne langsam hervor. Vorhin war alles etwas bedeckt. Okay, da geht es noch weiter. Da habe ich Verstärkung aus der Schweiz. Toshi Schiesser, Schweiz, Lensburg. Hallo, wunderbar, bist du oder sie mit dabei? Sehr schön. Okay, wir starten. Was sind überhaupt Teams-Beiträge? Schauen Sie, es gibt in Teams die Chats und es gibt die Beiträge. Und ich habe jetzt hier einen ganzen Monitor aufgebaut, rechts von mir, extra für dieses Live, damit ich das wunderbar zeigen kann. Hier seht ihr nämlich direkt mein schönes Teams. Und da kann man schön abgrenzen, was eigentlich ein Chat ist und was eigentlich ein Beitrag ist. Wir sehen hier Chat. Das sind diese 1 zu 1 oder mit mehreren Leuten Chats. Die sind, sage ich mal, informell. Die haben oft keinen Kontext. Und dann eben in den Teams, da ist die Kollaboration, da ist das grosse Potenzial, wo wir einzelne Teams erstellen können. Hier habe ich eines erstellt. Ein tolles Fest organisieren, natürlich, mit einem Kanal. Der nennt sich Allgemein. Und da läuft ja schon einiges hier in diesen Teams ab, grundsätzlich. Gut, also grundsätzlich, die Beiträge, die sind hier verfügbar. Diese Beiträge, das sind diese plattformorientierten Mitteilungen, die im Zusammenhang mit einem Team bzw. einem Kanal abgesetzt werden. Und das Schöne daran ist eben, dass die plattformorientiert sind. Das heisst jetzt eben, die Leute, die in diesem Team eingeladen sind, also die jetzt auch ein tolles Fest mit mir organisieren wollen, die sehen eben diese Beiträge auch. Egal, ob ich etwas an sie adressiere oder eben nicht. Aber da gehen wir dann später direkt rein. Grundsätzlich gilt, der Chat, der ist siloartig. Wenn ich chatte mit Kolleginnen hier, mit Olivia, dann ist das zwischen ihr und mir. Die Kolleginnen und Kollegen sehen das nicht. Es sei denn, ich werde die in den Chat einbeziehen. Aber es ist meistens vergänglich kurze Dinge, dringende Dinge vielleicht auch. Und der Beitrag, der ist hier, um zu bleiben. Der ist hier, um zu kollaborieren. Der ist faktisch das neue, moderne E-Mail von morgen. Okay. Gut. Alles klar. Mal schauen, was der Chat dazu meint. Alles klar. Hier habe ich noch eine Meldung. Arbeite mit einem ehemaligen Nachbar von dir, Nenno Emenecker. Okay. Alles klar. Das freut mich doch. Schön. Gut. Gehen wir ins nächste Thema, nämlich direkt in den Tipp. Tipp Nummer 1. Klare Abmachungen einhalten. Beziehungsweise klare Abmachungen für Teams-Beiträge. Es ist nämlich so, dass typischerweise, wenn Teams oder ein solches tolles Fest organisiert wird über Teams, dass dann die Leute typischerweise jeder so auf seine Art und Weise die Kommunikation gestaltet. Die einen, die arbeiten, wie vorhin gesagt, via Chat. Andere machen diese Beiträge. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns gewisse Grund, ein Grundverständnis haben, wie wir diese Beiträge nun eben nutzen. Nummer 1 empfehle ich Ihnen, entscheiden Sie oder machen Sie klar, wann diese Beiträge genutzt werden und wann eben an und an und an der Chat genutzt wird. Vielleicht auch, wann das E-Mail genutzt wird. Dass es klar ist, wann, dass es eine gewisse Verbindlichkeit gibt, dass die Leute das auch nutzen. Denn nichts Dümmeres, als wenn die Hälfte dieses Teams, das da dieses Fest organisiert, auf diesem Team agiert und auf diesem Team kommuniziert mit Beiträgen und die andere Hälfte dieses Teams eben nicht, weil dann haben wir ein Riesenproblem und haben wir den Nutzen überhaupt nicht. Also es gilt halt schon, wenn alle das in etwa gleich machen, ist das ein grosser Vorteil. Darum pflegen wir ja auch mit Unternehmen oft zuerst dieser digitale Verhaltenskodex zu erstellen, um solche Dinge zu klären. Was auch sehr interessant ist, und jetzt teile ich diesen Bildschirm nochmals kurz, was auch vielleicht eine gute Anfangsregel ist für die Leute, dass man ihnen klar macht, dass man eine neue Unterhaltung oder einen neuen Beitrag immer dann startet, wenn auch ein neues Thema auftaucht. Es ist nämlich ein oft gesehener Fehler, oder ja, Fehler, sagen wir unschön, wenn die Leute nicht auf diese Threads antworten. Wenn wir jetzt hier jetzt sehen, diese Beiträge, dieses Beispiel, lasst uns mit der Organisation beginnen. Das ist ein Beitrag von mir, ich heisse hier übrigens Admin Mupp, lustigerweise. Ich notifiziere oder schreibe an Olivia Engeler, willst du starten? Du bist ja die feste Expertin und sie schreibt hier zurück, mache ich gerne und habe bereits schon einen Link einbezogen. Das sind ja schon etwas weiter bei den weiteren Tipps. Aber so geht das nach unten. Ich kann jetzt hier wieder antworten und Olivia zurückschreiben. Das freut mich super. Und so sieht das dann aus. Und so entwickelt sich dieser Beitrag nach unten. Lustigerweise oder interessanterweise liest man den von oben nach unten und ist im Bilde. Wenn man einen so E-Mail-Pingpong zum Beispiel im Gegensatz lesen würde, müsste man ja von unten nach oben lesen. Sie kennen das vielleicht, weil das älteste unten ist und die aktuellste Nachricht oben und hier ist es eben wunderbar. So wie wir uns das gewöhnt sind, nämlich von oben nach unten entwickelt sich das. Also, erster Tipp ist sicher oder eine Abmachung, die man haben muss, ist, dass man hier immer auf den Thread antwortet oder auf diesen Beitrag antwortet, auf den ich mich auch beziehen will. Und wenn ich eine neue Unterhaltung, also ein neues Thema eröffnen will, dann klicke ich auf neue Unterhaltung und eröffne einen neuen Beitrag. So ist grundsätzlich die Funktionalität, aber wichtig ist mir Tipp Nummer 1, nehmen Sie den mit, wenn Sie Lust haben. Definieren Sie Regeln, wie Sie mit diesen Teams-Beiträgen umgehen, denn da ist sehr viel Verwirrungspotenzial. Kommunizieren Sie das auch und natürlich trainieren Sie das auch mit den Leuten, denn es braucht schon etwas Ungewöhnung zu Beginn. Wunderbar. Ich freue mich immer auf Chat-Nachrichten. Vergiss mich bitte nicht, ein bisschen im Loop zu halten hier. Bis jetzt ist es noch ziemlich ruhig, aber vielleicht entwickelt sich das noch. Gehen wir zu Tipp Nummer 2. Notifizierungen bei Teams-Beiträgen clever einsetzen. Ich kann, wenn ich will, einen Beitrag schreiben und den einfach so stehen lassen, ohne jemanden zu notifizieren. Die Experten oder die Profis, die notifizieren aber praktisch in 99% der Fälle immer jemanden oder eine Gruppe. Notifizieren ist in der alten Welt das Anfeld im E-Mail. Also da müssen wir auch das Anfeld ausfüllen, sonst geht das E-Mail nicht zu dieser Person, für die es eigentlich bestimmt ist. Genauso ist es in Teams. Wir haben ja vielleicht 5, 6, 10, 20, 30 Leute in diesem Team, die dieses grosse, tolle Fest organisieren wollen. Und da ist es eben wichtig, dass ich mir diese oder diese Personen, diese eine Person oder diese mehrere Personen auswähle und notifiziere. Wir zeigen jetzt mal kurz, wie das geht. Ich mache jetzt mal wieder ein schönes Beispiel, was brauchen wir beim Fest noch so? Ja, ich denke mal eine Location brauchen wir. Also wenn ich hier jetzt eine Nachricht schreibe, zuallerallererst würde ich empfehlen, immer at, dieses at, das ist diese Notifizierung, at Olivia Engler heisst sie ja. Und dann ist diese Notifikation gegeben und ich kann jetzt da meine Mitteilung schreiben, liebe Olivia, hast du deine Location zum Beispiel? In dem Moment, wenn ich das absende, wird Olivia auf ihrer Seite eben notifiziert, dass sie eine, ja, eine Aktivität machen muss. Es gibt verschiedene Arten von Notifikationen. Es gibt die Person, also ich kann eine oder mehrere Personen notifizieren. Es gibt dann aber auch das Team, ich kann hier jetzt auch zum Beispiel eine Notifikation für das gesamte Team Tollers festorganisieren, notifizieren. Dann bekommen alle eine Nachricht, das wäre vielleicht eine Information für alle, die wichtig ist. Achtung, unsere Event-Location wurde gecancelt oder alle, an alle Achtung, eine neue Corona-Regelung ist da oder was auch immer, einfach etwas, was alle interessiert. Ich kann auch den Kanal notifizieren, also allgemein, das macht man typischerweise dann, wenn man mehrere Kanäle hat. Wir haben hier jetzt nur einen Kanal. Oder aber, und das ist dann noch sehr sophistiziert, ich kann auch ganz eigene Tags errichten. Das heisst, ich kann Gruppen machen von einzelnen Leuten, die sich dann in einer Gruppe befinden. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier die Leute, die für Food und Beverage verantwortlich sind, zusammen in einem Tag gruppieren und so weiter und so fort. Dann hätte ich so wie gewisse Gruppen, die ich dann auch notifizieren kann als eines. Aber grundsätzlich gilt, Notifizierungen sind much entscheidend, wenn man in diese Beiträge einsteigt. Immer notifizieren, wann immer möglich notifizieren. Bei uns zum Beispiel bei iJust ist das eine Todsünde, wenn jemand keine Notifikation macht und der wird garantiert am Ende des Tages, Ende Monat im Sündenpool landen. Wir haben nämlich einen solchen Sündenpool, wo die Leute sehen, was sie quasi so ein bisschen falsch gemacht haben im digital erfolgreicher Arbeiten, weil wir ja da als Vorbilder agieren möchten. Gut, auch hier vielleicht ein kleiner Hinweis. Es ist natürlich super wichtig, dass man, wenn man diese Notifikationen einsetzt, auch die persönlichen Einstellungen für die Benachrichtigung richtig setzt. Wir haben ja in Teams standardmässig meiner Meinung nach jetzt nicht die cleverste Benachrichtigungseinstellung, die man haben könnte. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie ich mich notifizieren lassen will und typischerweise ist das viel zu scharf eingestellt. Das heisst, die Leute werden viel zu oft notifiziert, werden viel zu oft unterbrochen. Warum ist es wichtig, dass wir uns für gewisse Dinge nicht notifizieren lassen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Beitrag sehe, der nicht für mich ist, dann sollte ich mich nicht notifizieren lassen dafür. Das vielleicht hier am Rande. Aber was ich Ihnen mitgeben möchte hier ist wirklich, Notifizierungen sind much entscheidend, insbesondere beim Start. Denn viele Leute, das darf man nicht unterschätzen, die haben zu Beginn das Gefühl, dass diese Beiträge völlig überwältigend sind, dass viel mehr Information da ist, als sie sich gewohnt sind und sich nicht mehr zurechtfinden. Das kommt meistens daher, dass die Leute diese Einstellungen mittragen von E-Mail, weil E-Mail ist grundsätzlich dazu da, alles zu lesen. Weil ich bekomme das E-Mail ja nur, wenn es mich betrifft, wenn ich eine Aufgabe habe. Und hier ist natürlich die Sachlage ganz anders. Hier sehe ich mehr Mitteilungen. Ich kann die auch durchsuchen und habe diverse Vorteile, werden es dann später noch sehen. Aber das hat zur Folge, dass ich mich nicht bepflichtet fühlen muss, alles zu lesen, denn sonst kommt das nicht so produktiv raus am Ende des Tages. Okay, das war Tipp Nummer zwei. Schauen wir mal, wo wir in den Chats sind. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Alles klar. Gut, hier eine erste Frage. Wie geht ihr vor dieser Umstellung von E-Mail-Kommunikation auf Teams-Beiträge? E-Mail verbieten ist ja wohl nicht die richtige Lösung. Vielen Dank für diese super Frage. Das ist in der Tat sehr, sehr knifflig. E-Mail verbieten ist sicher nicht die richtige Methode. Ich würde mal Schritt Nummer eins unterscheiden zwischen externer Kommunikation und interner Kommunikation. Und ich würde die Teams-Beiträge primär zum Start mal auf die interne Kommunikation beschränken. Das heisst, dass wir immer, wenn wir Regeln oder Grundsätze definieren, dass das für die interne Kommunikation gilt. Weil die Kunden oder die Partner, die externen Lieferanten und so weiter, die können wir ja nicht nötigen, zu Beginn alles über Teams zu lösen. Und dann heisst es eigentlich, wir werden die interne Kommunikation, die ein Kontext hat, das wäre eine gute Regelung. Ein Kontext heisst, für die auch ein Team erstellt ist, dass die Teams-first-mässig, also immer zuerst in Teams gemacht wird und nicht in E-Mail. Das wäre so eine gute Regel, die man zu Beginn setzen könnte. Aber wie gesagt, Achtung, Achtung, Achtung. Nur weil wir die Regel gesetzt haben, heisst es nicht, dass die Leute von heute auf morgen einfach anders arbeiten. Nein, das muss man mit einem vernünftigen Change-Prozess begleiten und natürlich mit einem Training, denn typischerweise ist das etwas anders. Nicht enorm viel schwieriger, aber es ist anders als das zu Beginn, als wir uns das gewohnt sind, seit 10, 20, 30 Jahren, diese E-Mail-Kommunikation, da muss man etwas ins Training investieren. Das lohnt sich. Ansonsten könnte es zum Frust ausorten, wenn das nämlich dann nicht eingehalten werden würde. Vielen Dank für diese super Frage. Gehen wir weiter. Funktioniert es auch, wenn die Notification hinter dem Betreff geschrieben wird? Ja, das ist so. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich hier noch etwas Vernünftiges da unten habe. Ja, es ist so ein Betreff, ich weiss nicht, ob wir uns hier gleich verstehen, ein Betreff typischerweise ist dieses Fettgeschriebene hier oben, also lasst uns mit der Organisation beginnen, das ist der Betreff. Und ich kann diese Notifikation irgendwo im Text machen, die ich kann zum Beispiel hier so machen, Entschuldigung, ich habe den Screen nicht geschert, Klassiker, es passiert mindestens einmal hier live, kein Problem. Also wenn ich jetzt hier eine Antwort schreibe, zum Beispiel, das finde ich super toll und dann die Notifikation mache, wie das sehr wohl auch, also man kann es auch irgendwo im Text verwenden, quasi im Lauftext, was natürlich noch eleganter ist. Ich persönlich halte es in der Praxis immer so, dass ich zuerst die Person notifiziere, vielleicht aus alten Gewohnheiten, weil ich ja im E-Mail auch dieses Anfällt zuerst ausfüllen musste. Ich hoffe, das hat da geholfen für eure beiden Fragen. Danke vielmals für diese Einwürfe, gerne mehr davon. Gut, gehen wir weiter. Wir waren bei Tipp Nummer 2, wir gehen zu Tipp Nummer 3. Wir werden übrigens immer etwas sophistizierter. Ja, schauen wir mal zu diesem dritten Tipp. Link zu Beitrag kopieren. Ein sehr, sehr einfacher Tipp, aber ein, das kennen die wenigsten oder nicht so viele Leute, dieses kleine Kniffchen, Knifflein, ist nämlich wichtig. Typischerweise können wir da überall in Microsoft 365 Links ziehen und einen Link kopieren oder einen Link ziehen, das ist immer eine sehr, sehr gute Idee, denn das hat immer zur Folge, wenn wir einen Link verschicken oder irgendwo platzieren, dass wir die Leute zum originalen Beitrag in diesem Sinne jetzt zurückführen. Das ist immer gut, weil man die Leute auf die Plattform zurückführt. Das ist eine sehr gute Angewohnheit. Ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Gehen wir mal davon aus, ich muss in einem Sitzungs-, in einem Meeting-Protokoll jetzt einen solchen Beitrag referenzieren. Dann, habt ihr gesehen, Olivia ist wirklich mit mir direkt dabei, dieses Fest zu organisieren. Unfassbar, die ist wirklich sehr pflichtbewusst. Übrigens, wer Olivia noch nicht kennt, ich mache mit ihr ein FragPatrick, ein Event, bei dem es um Taskmanager, Planner und To-Do geht. Dort können Sie sie live erleben. Ich kann Ihnen sagen, ein tolles Erlebnis, super kompetent, sehr sympathisch. Also, echt zu empfehlen. Alles klar. Hier habe ich diese drei Punkte hier oben. Seht ihr das? Jetzt ist es ein bisschen verschoben. Ich habe es hier. Diese drei Punkte. Bei jedem Beitrag existieren die. Ich kann die tippen oder klicken. Und dann habe ich diese Möglichkeit, den Link zu kopieren. Und in dem Moment habe ich den bei mir in der Zwischenablage. Ich mache das jetzt mal kurz. Und beispielsweise haben wir hier ja auch, weil wir das natürlich absolut ausreizen wollen, auch ein Notizbuch. Ui, Retreat Dubai 22. Das war jetzt nicht die Idee, dieses Fest in Dubai zu machen. Aber gut, das passiert, wenn man Olivia alleine organisieren lässt. Und da kann ich jetzt hier einfügen, also Control-V, ich habe es jetzt eingefügt. Und habe hier einen Link, zum Beispiel in einem Meeting-Protokoll, auf den Beitrag gemacht. Und kann so die Leute wieder zurück zum originalen Beitrag bringen. Weil zum Beispiel ein Screenshot, der wäre ja statisch. Mittlerweile könnte ja schon wieder mehr passiert sein an diesem Beitrag. Also Profis, die verlinken diese Beiträge auch möglichst oft. Also nur, wenn es Sinn macht, natürlich. Gut, das war Tipp Nummer 3. Gehen wir schon zu Tipp Nummer 4. Das geht ja zügig vorwärts hier. Schauen Sie, dass ich all diese Beiträge da im Blickfeld habe. Und Tipp Nummer 4, der heisst Benachrichtigung für einen Teams-Beitrag deaktivieren. Ha, das gibt es manchmal. Es gibt manchmal so richtig ausufernde Teams-Beiträge, die je tonnenweise Leute auch noch irgendwie eine kleine gute Besserung oder so ähnlich solche Dinge noch einfügen wollen. Und da macht es manchmal Sinn, dass man sich nicht immer benachrichtigen lässt. Wir haben in gewissen Teams bei iTrust zum Beispiel die Situation, dass sich die Leute über Teams krank melden. Damit das alle gleich sehen, dass das auf dieser Plattform auch die, die es angeht, auch gerade sehen. Und dann ist das diese Eigenheit, dass jeder natürlich freundlich, wie wir alle sind, zurückschreibt. Gute Besserung, hoffe, kommst bald zurück und solche Dinge schreibt. Und das ist ja dann jedes Mal eine Notifikation, wenn ich da mal in diesem Beitrag getaggt wurde. Typischerweise wird dann das ganze Team getaggt, weil es ja alle angeht. Und das ist ein kleiner Trick, ein kleiner Tipp. Tipp Nummer 4, wie man den eben ausschaltet in einem solchen Fall, wenn diese Benachrichtigung total ausufert. Und das machen wir so auch hier wieder. Genau diese drei Punkte, die können wir uns merken. Gute Sache. Und wir können hier die Benachrichtigung deaktivieren. In dem Moment, wenn ich das gemacht habe, dann wird sich bei mir nichts mehr regeln. Dann wird da keine Mitteilung mehr im Feed oder auch dieses Pop-up passieren. Dann werde ich da nicht mehr gestört, wenn das passiert. Genauso kann ich auch das Gegenteil machen. Ich kann in einem Beitrag, bei dem ich eben nicht getaggt wurde, den mich aber trotzdem interessiert, kann ich mich natürlich wieder benachrichtigen lassen, also Benachrichtigung aktivieren und werde dann ebenfalls benachrichtigt. Natürlich geht das nur für diese Teams, wo ich auch wirklich eingeladen wurde, also wo ich auch die Berechtigung dafür habe. Coole Sache. Kleines Tippchen. Wer weiss, vielleicht hilft es euch ja auch. Gut, lasst mal was hören von euch bitte im Chat, damit ich weiss, ob ich da auf der richtigen Fährte bin oder ob ich jetzt noch keinen neuen Chat bekommen. Alles klar. Wir gehen direkt zu Tipp Nummer 5. Wir haben ja 8 bis zum Schluss, wobei der letzte natürlich der beste ist, aber wir gehen jetzt mal zu 5. Reaktionen bei Teams-Beiträgen sinnvoll nutzen. Sie haben das vielleicht vorhin schon gesehen. diese Reaktionen, diese Emojis, das sind solche Reaktionen auf einen Beitrag. Viele Leute belächeln diese Reaktionen ein bisschen. Das ist zum Beispiel eine Reaktion, ein Thumbs-up von Olivia. Lass uns mit der Organisation beginnen. Sie hat irgendwo auch mal was geschrieben. Hier habe ich per Zufall all deine Nachrichten. Nick ist zuständig für Coffee, nicht für Bier. Da könnte ich jetzt hier eine Reaktion darauf geben, nämlich zum Beispiel, ich bin überrascht. Lachen ist vielleicht das Falsche. Ich bin überrascht, wusste ich nicht solche Dinge. Ich bin traurig. Das Schöne an der Reaktion ist, die sind immer alle so relativ positiv gehalten. Das heisst, ich kann jetzt hier nicht einen Daumen runter oder so geben, wie ich das beispielsweise bei YouTube, glaube ich, geben kann. Wie auch immer, es ist sehr schön malerisch gemacht. Das heisst, man kann da niemanden gross demotivieren. Es kann auch ein Herz geben. Und vielleicht eine kleine Anekdote, sehr witzig, dieses Herz zu beginnen. Als wir Teams eingeführt haben bei Aitchast, hatte ich immer etwas, das ist jetzt vielleicht eine halbe interessante Geschichte, aber ich hatte etwas Hemmungen, dieses Herz zu betätigen. Insbesondere bei weiblichen Kolleginnen, weil ich dachte, das könnte irgendwie falsch interpretieren. Aber mittlerweile, mit der Zeit lernt man, diese Reaktionen zu schätzen. Warum? Weil, vielleicht haben Sie das auch schon festgestellt, wenn ich etwas schreibe, wenn ich einen Text schreibe, dann ist das sehr oft dieser Zwischenton, die Tonlage, die fehlt. Ich kann jetzt hier irgendwie schreiben, habe gerade per Zufall eine Nachricht gesehen, Nick ist zuständig für Koffee, nicht Bier. Na gut, dann ist natürlich schon die Frage, meint sie jetzt das genervt oder meint sie jetzt das nett oder meint sie jetzt das mit einem Schmunzeln oder so. Und da kommen diese Reaktionen rein. Eine ganz gute Idee, immer mal wieder seine Gefühlslage dem Gegenüber auszudrücken, das animiert für mehr, aber ist eine fakultative, typischerweise eine fakultative Aktion. Macht das Ganze farbiger, macht das Ganze moderner. Und glauben Sie mir, die etwas jüngeren, ich bin 42, die etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die meistens alle jünger sind als ich, die schätzen das noch viel mehr, die lieben diese ganzen Emojis, Gips und so weiter. Und ich habe es auch lieben gelernt. Also sinnvoll nutzen heisst auch da, vielleicht kurz klären, für was ist das, für was ist es nicht geeignet. Es ist typischerweise gut geeignet, wenn Sie eine Emotion übermitteln wollen, ohne mehr damit auszurichten zu wollen. Also zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt hier eine Quittierung vielleicht machen möchte, würde ich jetzt vielleicht nicht gerade ein Emoji da reinsetzen, sondern ich würde wirklich mit Mühe machen, dass ich ihr schreibe, ich habe das verstanden. Das ist vielleicht fast besser. Typischerweise sind Emojis wirklich so eine Zwischentonlage. Wenn Sie die so brauchen, ist das sehr vernünftig und auch meistens sehr geschätzt. Ich bin mal gespannt, ob ihr eine Meinung habt zu Emojis oder solchen Reaktionen, wie ihr die einsetzt. Lasst mich das mal wissen, weil das ist viel, da gibt es grosse Unterschiede. Gut, wir haben wieder im Chat etwas Aktivität. Okay, hier eine kleine Quittierung. Alles klar, sehr interessant. Danke vielmals für die Grüße aus Südtirol. Sehr schön. Südtirol, sehr schön. Wirklich sehr schön. Schon lange nicht mehr gewesen. Okay, dann Roger Dirauer. Ich finde es auch noch legitim, dass der Unterschied zwischen Teams-Beitrag und Gruppenbeitrag erklärt wird. Wir verwenden das eine geschäftlich und das andere für lockere, legerere Kommunikation im Team. Okay. Teams-Beitrag und Gruppenbeitrag. Ich gehe davon aus, Sie meinen, eine Gruppe im Teams, Entschuldigung, eine Gruppe im Chat. Also Sie meinen ziemlich sicher, dass wir eine Gruppe, das ist eine sehr gute Frage, ich hoffe, ich interpretiere die richtig oder ein interessanter Input. Vielleicht kurz, wie ich das interpretiere. Es gibt ja hier die Möglichkeit, ein Team zu erstellen mit einem Kanal. Es gibt aber natürlich auch die alternative Möglichkeit, indem ich hier einen neuen Chat erstelle und da mehrere Leute reinnehme. Zum Beispiel Olivia. Dann aber auch noch Nick, der muss da auch noch rein. Und so weiter. Ich kann da unendlich wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr viele Leute da einkopieren und mir so eine Gruppe im Chat etablieren. Und kann hier natürlich auch Mitteilungen hin und her senden. Und jetzt ist richtig die Frage, wie ist die Abgrenzung dazwischen? Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, lieber Herr Dirauer, dass wir hier eine klare Abgrenzung haben. Wann wünschen wir uns das und wann nicht? Und ich finde, das ist ein guter Vorschlag, dass man die Informellen, die Lechereren, zum Beispiel die gehen wir heute kurz was Mittagessen, solche Dinge zusammen, die kann man sehr gut in meinem Chat abhandeln. Aber die plattformorientierten, die teamverfügbaren Beiträge, die sollten aus meiner Sicht eineindeutig in richtigen Teams, im richtigen Kanal etabliert werden, weil da sind sie residenter. Da hat man auch den Vorteil, dass man Leute, die vielleicht später dazukommen, neue Teammitglieder dieses Fest organisieren, weil das die auch Zugriff darauf haben und so weiter und so fort. Es ist einfach am Ende des Tages nachhaltiger. Super Input, vielen Dank. Sehr geschätzt. Dann gehen wir weiter. Nächste Frage. Benachrichtigung bei Kanälen zu deaktivieren, ist praktisch bei Social-Kanälen. Ja. Ja, okay. Wenn man natürlich Kanäle in Teams hat, die Social-Charakter haben, zum Beispiel Coffee-Talk oder solche Dinge, machen wir jetzt nicht sehr oft oder empfehlen wir auch nicht so sehr oft, damit man da vielleicht nicht zu viel Ballast mit sich rumschlägt. Aber kann man natürlich dann sehr gut nutzen. Danke für den Input. Dann haben wir einen weiteren Beitrag hier. Dann kann man bei Antwort auch eine Munche einfügen. Ja, das stimmt. Okidoki. Dann haben wir hier Roger Dierauer. Genauso habe ich das gemeint. Danke. Ja, vielen Dank für die Bestätigung. Dann haben wir hier Beno. Was passiert dann mit den Dateien, die im Chat versendet werden? Eine ganz, ganz gute Frage. Das ist ein weiterer Grund, warum Chat wahrscheinlich nicht der richtige Ort ist. Wenn mich in einem Chat eine Datei versende, landet diese Datei auf dem OneDrive des betreffenden Mitarbeitenden. Und OneDrive ist ja mein persönlicher Speicher, der dann auch wieder gelöscht wird, sobald ich das Unternehmen verlassen würde. Und ja, das ist natürlich auch für die Nachhaltigkeit einmal mehr ein weiteres Argument, warum man das nicht tun sollte. Danke vielmals für den Input. Sehr gutes Argument dafür, dass man eben die Beiträge präferiert im Teams selbst. Gut, wo waren wir? Gehen wir weiter, damit wir hier schnurstracks... Genau, wir waren bei Tipp 5 schon. Jetzt gehen wir zu Tipp 6. Nämlich Betreff für Teams-Beiträge verwenden. Ha, meine grosse Achillesferse sind diese Betreffe. Ist witzig, als wir begonnen haben mit Teams vor x Jahren, da war natürlich bei uns intern auch, jeder schrieb mal irgendwie irgendwas und so weiter, man hat noch keine Erfahrung gehabt und da war natürlich Chaos und unübersichtlich und so weiter und so fort. Und dann hat irgendwer mal eine Regel aufgestellt bei uns, die besagt, jeder Beitrag muss einen Betreff haben. Die Begründung ist ganz einfach und ich zeige euch die, um die Anekdote vorwegzunehmen vielleicht, ich habe mich sehr schwer getan damit, ich habe das immer vergessen, weil ich so schnell einen Beitrag erfasst hatte und dann wurde ich immer wieder Teil der Sündenliste Ende Monat, was mich natürlich total geärgert hat. Gut, ein Betreff ist das. Lass uns mit der Organisation beginnen. Ein Betreff formatiert einen Beitrag sehr viel besser, als wenn ich keinen Betreff machen würde. Ich habe extra vorhin mal keinen gemacht. Hier, das ist ein Beitrag, der keinen Betreff hat. Da habe ich einfach drauf losgeschrieben, ohne Betreff einzufügen. Der ist dann nicht so schön in der Übersichtlichkeit. Gut, also wie mache ich einen Betreff? Mache ich neue Unterhaltung und dann dieses magische A da hier unten, das muss man klicken. Eine Fehlkonstruktion meiner Meinung nach. Wie soll man denn auch drauf kommen? Das habe ich dann zu Beginn immer vergessen, über Monate übrigens. Und hier einen schönen Betreff. Bier und Wein ist auch ein schöner Betreff, Freitagnachmittags. Was genau wollen wir mehr? Fragezeichen. Wahrscheinlich weiss Olivia wieder Bescheid darüber. Und so kann ich dann diese Mitteilung schön oder diesen Beitrag schön formatieren. Es empfiehlt sich, ist natürlich kosmetisch, selbstverständlich, aber eine gute Übersicht, gibt eine gute Übersicht über diesen Beitrag. Ich würde Ihnen das empfehlen. Profis, die machen einen Betreff. Da können Sie sich etwas abheben von den noch nicht so versierteren Leuten. Gut, dann gehen wir weiter. Achtung, wir kommen schon bald zum Ende. Ich empfehle Ihnen, Ihre Beiträge via Chat, Ihre Fragen noch einzuwerfen. Tipp Nummer sieben. Wichtige Teams-Beiträge speichern. Man kann jeden Beitrag für sich selbst in seine kleine Ablage in Teams speichern. Das kann man aus verschiedenen Gründen tun. Man sollte aber einen guten Grund haben. Vorweg, ich mache das persönlich nicht. Es ist eine persönliche Arbeitstechnik, die man machen sollte oder eben auch nicht, für die man eine gewisse Entscheidung treffen sollte. Also mal als Beispiel hier, die Antwort von Olivia, die ist für mich so relevant, dass ich die speichern möchte für später. Und dann kann ich wieder auf diese drei Punkte klicken und habe hier die Option, diese Nachricht zu speichern. Wenn ich das betätige, sehen wir hier oben die Quittierung, dass das gespeichert ist und ich kann später hier auf mein Bildchen tippen oder klicken und kann alle meine gespeicherten Beiträge hier wieder einsehen. Natürlich kann ich die auch wieder entspeichern und so weiter und so fort. Gewisse Leute nutzen diese Funktion, um sich vielleicht Aufgaben so zwischenzuspeichern für später, um Nachrichten, die Sie sicher nochmals richtig durchlesen müssen, für später zu sichern quasi. Und das ist eine Möglichkeit. Wenn Sie das nutzen, empfehle ich Ihnen einfach dringend, dass Sie auch eine Routine dafür einbauen, dass Sie für sich persönlich eine Routine haben, um die gespeicherten Beiträge, zum Beispiel jeden Abend oder jeden Morgen oder einmal pro Woche oder was auch immer Ihr Rhythmus ist, durchschauen. Ansonsten ist das Problem, dass man die vielleicht etwas vergisst, weil die sind nicht so resident. Sie sehen hier nicht, die sind nicht immer im Vortgründig zu sehen. Man muss wirklich hier auf die gespeicherten Nachrichten gehen. Das ist ein kleiner Tipp. Wie gesagt, ich persönlich nutze das nicht. Ich kenne gewisse Leute. Ich weiss, dass dieser Tipp für gewisse Leute wichtig ist. Aber ja, ich denke, eine überschaubare Sache. Jetzt gehen wir direkt zu Tipp Nummer 8, denn das hat damit zu tun, weil vielleicht Teams, Mitteilungen oder Beiträge, wenn man das richtig etabliert hat, können die auch zu einer Aufgabe werden für mich. Zum Beispiel könnte es durchaus sein, schauen wir mal ein gutes Beispiel hier haben, ja, zum Beispiel hier könnte es, Olive hat mir was geschrieben, ich muss hier mal eine Entscheidung treffen oder eine Meinung abgeben zu diesem Dubai. Und das, ja, da muss ich mir zuerst mal ein bisschen Gedanken machen, bevor ich da antworte. Und das ist dann eine Aufgabe, die ich für mich terminieren muss. Und diese Möglichkeit habe ich jetzt eben mit dieser Krücke, sage ich jetzt mal, nachher speichern. Oder aber eben, ich kann auch eine neue Aufgabe erstellen. Und jetzt, das ist dann wirklich, wirklich, wirklich gut und cool, das empfehle ich Ihnen dringend, dass Sie das so machen, dass Sie diese Aufgabe erstellen, die dann später in Ihrem Planning Tool, also in Ihrem To-Do, in Ihrer To-Do-Liste, oder sogar im Planner wieder erscheint. Und die wiederum ist auch wieder intelligent. Aber schauen wir uns zuerst mal das an. Hier wird der Betreff automatisch, bzw. der Text automatisch reingenommen. Ich kann den noch etwas reformatieren, ist ja nicht so schön so gemacht. Ich müsste hier mal schnell für mich eine Aufgabe formulieren, eine Entscheidung in Dubai treffen zum Beispiel. Wunderbar. Okay, und dann kann ich hier überlegen, wo genau will ich dieses Ding ablegen? Will ich das zum Beispiel öffentlich im Planner von Toll & Fest, also in dieser Aufgabenplanung dieses Toll & Fest Team machen oder in meinen persönlichen Aufgaben, was die Priorität, also das Fälligkeitsdatum, kleiner Tipp daneben, immer ein Fälligkeitsdatum aussehen, immer, 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 auch wenn man es noch nicht genau weiss, dann sollte man raten, weil das wird dann später immer wieder evident, also dieses Tool ist ja intelligent und informiert mich, wenn ich da daneben liege und dann kann ich diese Aufgabe hinzufügen. Und jetzt ist es im richtigen Tool. Eine Aufgabe gehört für mich oder für eine Kollegin, ein Kollege gehört ins richtige Tool. Das ist in einem Microsoft 365 typischerweise To-Do oder Planner. Gut, also diese drei Knöpfe, auch etwas versteckt leider, weitere Aktionen, Aufgabe erstellen, das ist der absolute Meister-Trick. Meiner Meinung nach, den sollte man kennen, das gibt es noch nicht so lange, erst seit, ich heiss nicht, wenigen Monaten übrigens. Falls Sie unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, das ist eine der wichtigen Neuigkeiten, die ich da jeden Monat zusammenfasse. Vielleicht lohnt es sich, das zu abonnieren, für alle, die da Interesse haben. Okay, gehen wir weiter im Chat. Das war übrigens mein letzter Tipp. Mal schauen, was wir für Fragen haben. Okay, gibt es einen Tipp zum Aufräumen von Kanälen? Ah ja, den habe ich schon mal gesehen, den hast du ja schon mal in LinkedIn geschrieben. Vielen Dank dafür. Die Frage ist, was ist der Grund, warum man Kanäle aufräumen will? Typischerweise ist es ja so, dass man enorm viele Beiträge sehr gut handeln kann. Es wird nichts langsamer, es wird nichts, meiner Meinung nach, also wir räumen typischerweise die Kanäle oder die Beiträge in den Kanälen nicht auf, aus dem einfachen Grund, weil man so auch die Suchfunktion verliert, dass man so quasi auch diese Beiträge wiederfinden kann, auch wenn sie schon ein gewisses Alter haben. Wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, aufräumen, grundsätzlich kann man Beiträge wieder löschen, manuell, man kann diese Rolle auch an verschiedene Leute verteilen, die diese Beiträge löschen würden. Wie gesagt, wir machen das typischerweise nicht. Oder aber, vielleicht meinen Sie auch das, es ist natürlich eminent wichtig, dass man in Teams ein gutes Lifecycle-Management hat, das heisst, dass ein Team oder auch ein Kanal, das irgendwann endlich ist, zum Beispiel dieses Fest, das wird ja irgendwann stattfinden und dann ist diese Organisation abgeschlossen und dann muss dieses Team, diese Beiträge in diesem Kanal, dieses Teams, die muss dann auch archiviert werden und das ist sehr wichtig, das machen wir sehr oft mit einer Automatisierung, dass das automatisch intelligent schaut, ob das schon 30 oder 60 Tage zum Beispiel keine Aktivität mehr hatte, dieses Team, dann wird der Owner benachrichtigt zum Beispiel oder auch die IT benachrichtigt, wollt ihr das aufräumen, wollt ihr das wegräumen oder eben nicht. Also, ich denke, das ist fast die bessere Methode, anstatt, dass man da einzelne Beiträge rauslöscht. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, ansonsten bitte nochmals melden. Okay, dann eine weitere Frage, Ansinnen für alle, wird es genutzt bei Ihnen? Ansinnen für alle. Ich verstehe es nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das... Ah, anpinnen! Ah, wahrscheinlich anpinnen! Anpinnen für alle. Entschuldigung, ich war da etwas Freitagnachmittag, ich bin da etwas schwer vom Begriff. Ich glaube, es ist ein kleiner Schreibfehler. Also, anpinnen für alle. Es gibt die Möglichkeit, bei Teams einen Beitrag anzuheften oder anzupinnen auf Englisch. Und wenn man das macht, dann ist dieser Beitrag für alle sichtbar, beziehungsweise Residenz sichtbar. Das macht man dann, ja, typischerweise, wenn man etwas, das Bestand haben soll, immer mal wieder in den Vordergrund rücken will. Wir machen das... Ich habe lustigerweise vor diesem Live Olivia gefragt, machst du das überhaupt mal? Wir machen es grundsätzlich nicht. Sie auch sehr selten. Sie hat ein, zwei Kunden, die das auch schon gemacht haben. Das Problem bei dieser Funktion ist, dass man, Sie sehen es auch hier schon, das ist dann nicht sehr schön dargestellt. Das meine ich, man muss nämlich immer auf diese Information gehen. Ist es überhaupt noch viel? Ja, jetzt ist... Jetzt muss ich kurz schauen. Doch. Man muss immer auf diese Information gehen und dieser gepinnte Beitrag, dieser angeheftete Beitrag erscheint dann da. Meiner Meinung nach ist das viel zu weit weg, um einen Nutzen zu stiften. Darum brauchen wir es sehr selten, ich oder wir, gar nie. Okay, gut. Gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Gehen wir weiter. Nächste Frage. Übersichtlichkeit schaffen, zum Beispiel Einladungen herausnehmen. Ja gut, das wäre dann wirklich ein Löschen des Beitrags. Genau. Eine weitere Frage. Stefan Guadagnini, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, den aktuellen Teams-Status, Ron Griget, aller Mitarbeiter auf einer SharePoint-Webseite darzustellen. Hast du da eine Info? Ich denke, das dürfte nicht so schwierig sein. Ich denke, da müsste ich jetzt mit einem Entwickler bei uns kurz sprechen. Das dürfte meiner Meinung nach Irrtum vorbehalten, keine Hexerei sein, um diesen Presence-Status, also dieses Ding hier oben, dieses grüne Zeichen hier, dass ich verfügbar bin oder eben nicht, das darzustellen. Kann nicht direkt einen genauen Hinweis geben, habe es aber auch schon gesehen, dass das angezapft wurde über eine Schnittstelle. Sollte meiner Meinung nach funktionieren. Bei genauerer Frage müssten Sie sich da nochmals kurz melden via Privatnachung. Ich muss Sie mal kurz abklären, ob diese, wie genau. Genau. Okay. Alles klar. Gut, es ist jetzt auch schon wieder 15.11 Uhr. Ich versuche ja immer, dass diese Lives nicht ausufern. Dreiviertelstunden ist absolut in Ordnung. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte die Erwerte schaffen, diese Teampläge sichtbar zu machen, einige Tipps mitzugeben und wenn es nur etwas ist, was vielleicht da bleibt, dann würde ich beliebt machen, dass Sie diese Beiträge in Ihrem Unternehmen gewichten, denn da liegt der Kollaborationsvorteil in der Kommunikation sehr stark sogar darin. Da entscheiden wir, ob wir unsere, ich sage mal, oft ineffiziente E-Mail-Kommunikation auf eine plattformorientierte Teams-Beitragskommunikation transformieren können und das glauben Sie mir, wenn Sie das geschafft haben. Das ist ein echter Mehrwert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ganz schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.